In diesem Video möchte ich einmal eine kleine Übersicht darüber geben, was es bei einer Freundschaft zu einer Frau mit Borderline-Persönlichkeitsstörung alles zu beachten gilt. Ja, das heißt, das hier ist ein Video, welches sich primär einmal an die Männer richtet, wenn ich bekomme immer und immer wieder Fragen von Männern, die sagen, ich habe eine Borderline-Freundin, zu der möchte ich gerne eine Freundschaft führen, weiß allerdings nicht genau, was muss ich da alles beachten und kann das überhaupt gelingen. Deswegen dieses Video einmal primär an die Männer. Wenn ich hier jetzt von Borderline-Frauen spreche, bedeutet das allerdings nicht, dass es nicht auch männliche Borderliner gibt. Und das bedeutet natürlich auch nicht, dass das hier Gesagte keine Überschneidungen bieten würde, auch zu Frauen oder Freundschaften generell, in denen Borderline keine Rolle spielt. Meine Lieben, da dieses Video wahrscheinlich etwas umfangreicher wird, sollten wir dennoch nicht zu viel Zeit verlieren und fangen gleich an. Ich möchte einmal über die häufigsten Gründe am Anfang sprechen, warum Männer eine Freundschaft zu einer Borderlinerin suchen. Ja, der häufigste Grund, das häufigste Motiv ist tatsächlich das Motiv, dass Männer sich eigentlich eine Beziehung wünschen oder eigentlich sich etwas Sexuelles wünschen, das aber nicht bekommen können. Genau in diesem Fall kommen ganz, ganz viele Männer auch zu mir und sagen, na, kann ich nicht da irgendwie doch eine Freundschaft führen? Wie wäre das denn möglich, sie wenigstens in eine Freundschaft zu bringen? Ist das überhaupt eine schlaue Idee? Und so weiter und so fort. Ja, da muss man natürlich sagen, wenn man Liebesgefühle für eine Person hegt, mit der man vordergründig eine Freundschaft anführen möchte, glaubt, das würde gelingen, ist das natürlich ein sehr verkomplizierender Faktor. Das Gleiche, wenn man natürlich sexuelle Begierden hegt. Ich persönlich glaube, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen grundsätzlich schwierig bis unwahrscheinlich sind. Und es sei denn, es herrscht von Anfang an eine große, ja, ich will es mal sagen, erotische Kälte, ja, dass beide da, insbesondere im Fall dieses Videos auch, dass da die Frau wirklich sich kalt verhält und unmissverständlich klar macht, kein Geflirte oder Ähnliches, dann kann das funktionieren. Oder wenn man grundsätzlich gar keine Anziehung für den anderen empfindet, zum Beispiel, weil er gar nicht in das Beuteschema fällt. Es ist aber natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich in dieser Sache als Mann nichts vormacht, dass man sich nicht einredet, ach, ich will eigentlich nur eine Freundschaft, damit bin ich vollständig cool und ach, eigentlich will ich ja gar nichts von ihr, wenn es nicht doch der Fall ist. Ja, denn dann ist man natürlich sehr, sehr anfällig, zum Spielball der Launen des anderen zu werden, das muss man ganz klar sagen. Und zum anderen, wenn man ganz ehrlich ist, fühlt es sich ja auch wirklich nicht gut an. Ja, es ist ja sehr, sehr energetisch anstrengend, da immer wieder das Konstrukt einer Freundschaft aufrechtzuerhalten, wenn man was anderes möchte. Und ein letzter Satz noch dazu, last but not least, ist es natürlich auch nicht unbedingt fair gegenüber der Borderline-Freundin, welche eigentlich für ihre Seele, sage ich mal, für ihre Persönlichkeit im platonischen Sinne geschätzt werden möchte, aber eventuell da einen vorgeblichen Freund hat, der eigentlich etwas anderes möchte. Ja, ein zweites, ganz, ganz großes Motiv, warum Männer Freundschaften zu Borderlinern möchten, gilt übrigens für Frauen, die Freundschaften zu Borderline-Männern begehren, genauso ist es, dass viele Männer eine Art Loch in ihrer Seele haben, sich unausgefüllt fühlen und deswegen die teilweise sehr komplizierte Beziehung zur Borderlinerin nutzen, sich selber einen Sinn zu geben. Ja, das klingt jetzt vielleicht erst einmal hart, das klingt jetzt vielleicht auch erst einmal komisch. Ich bitte allerdings, darüber ein bisschen genauer nachzudenken. Es ist nun einmal so, dass Beziehungsschwierigkeiten, und noch einmal für die Leute, die hier neu eingestiegen sind, natürlich ist eine Beziehung zu einem Menschen mit Borderline mehr oder weniger zwangsweise kompliziert, denn Borderline ist eine Beziehungsstörung, Borderline ist so klassifiziert. Das betrifft nicht unbedingt die Borderline-Betroffenen, welche schon viel an sich gearbeitet haben und welche das Label Borderline im Grunde nur noch als ein Erbe der Vergangenheit mit sich herumtragen, aber natürlich in aller Regel frisch diagnostizierte Borderliner und unreflektierte Borderliner mit wenig Selbsteinsicht. Da ist eine Beziehung und auch eine Freundschaft grundsätzlich erst einmal sehr, sehr kompliziert in 99,9% der Fälle. Ja, und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Trouble, dieses, ja häufig auch dieser Ärger, dass einem das sehr viel geben kann, gerade wenn man selber als Mann ansonsten nur wenig Freunde hat, gerade wenn man als Mann eventuell nur wenig beachtet wird, zum Beispiel auch von anderen Frauen. Ja, und wenn wir da dann eine Freundschaft haben, die immer wieder Anlass zum Grübeln bietet, ja, wo man auch einfach deshalb sehr viel Kontakt miteinander hat, weil man zu dem normalen positiven Kontakt der Freundschaft auch noch die Streitmomente hat oder weil wir zum Beispiel eine Borderline-Betroffene haben, welche selber sehr viel Beachtung möchte und durch manipulative Verhaltensweisen, sich wiederum auf dich, sage ich einmal, den männlichen eigentlich Freund bezieht, ja, dann kann einem das schon sehr viel geben, dann kann einem das sehr schmeicheln. Aber auch hier muss man natürlich ganz klar sagen, dass das Motiv, jemand anderen als Freund haben zu wollen, weil einem der ganze Trouble irgendwie etwas gibt, weil es die eigene Innenlehre irgendwie ausfüllt, das ist natürlich nicht unbedingt eins der besten Motive, eine Freundschaft zu führen. Ja, ansonsten gilt in solchen Freundschaften zu einem Menschen mit Borderline natürlich das, was auch oder zumindest fast alles von dem, was auch in einer Beziehung zu einem Menschen mit Borderline gilt. So müssen es männliche Freunde bzw. Personen, die mit einer Borderlinerin befreundet sind, natürlich schaffen, eigene Grenzen zu ziehen, eigene Standards einhalten zu können und eventuelle etwaige Grenzüberschreitungen zurückzuweisen. In diesem Sinne ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man es schafft, seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe in den Griff zu bekommen. Ja, wie soll ich das sagen? Menschen mit Borderline haben häufig, insbesondere in Streits, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ein Geschick dafür, psychische Schwächen eines anderen zu identifizieren und eventuell in einem Streit gegen diese Person zu verwenden. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir tatsächliche Schwachpunkte eines Menschen identifiziert haben und ihm das dann vorhalten, dass man dem anderen nicht einmal sagen kann, naja, mit dem, was du da sagst, das ist ja völlig aus der Luft gegriffen, damit hast du ja völlig Unrecht. Nein, häufig haben die von Borderline betroffenen Frauen mit ihren Vorwürfen zu 100% Recht. Ja, und damit umzugehen, das kann eine Prüfung an das eigene Ego sein. Ja, und man muss wirklich schauen, dass man da auch mit seinen eigenen Ego-Problemen, ich sage es mal ganz krass, und den eigenen Minderwertigkeitsgefühlen umgehen kann, dass man mit sich selber klarkommt. Denn das ist der einzig mögliche Weg, solche eventuellen Vorhaltungen zum einen eventuell sogar annehmen zu können und zum anderen auch gut damit umgehen zu können, wenn man dem sagen kann, naja, ja, ich kann das annehmen, was du sagst. Ja, aber auch hier ganz, ganz wichtig, berechtigte Vorwürfe sind abzugrenzen, da sind wir jetzt wieder beim Grenzenziehen, zu, ja, an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen und Beschimpfungen. Ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass zum Thema die eigenen Schwächen der Freundschaft suchen gehört, also beziehungsweise zu den eigenen Schwächen, die Männer in diesen Freundschaften zu Menschen mit Borderline haben, gehört auch häufig über diese Freundin zu lästern. Das ist ein Punkt, den möchte ich in dieses Video gerne mit reinnehmen, ja, denn dieses Video ist alles andere als ein Borderliner-Bashing. Nein, wir wollen diese, auch wenn das Video sich an Männer richtet, natürlich hier fair bleiben. Wir wollen hier beide Seiten ausgewogen betrachten. Ja, auch die Angehörigen von Menschen mit Borderline lästern häufig über diese, insbesondere über deren Störung, wenn die bekannt ist. Und die Störung wird bekannt sein, sonst würdest du dir jetzt nicht dieses Video anschauen. Aha, Freundschaft zu einem Borderliner, na, das passt ja zu meiner Situation. Das heißt, du weißt um die Störung deiner Freundin. Und es kann einfach nicht sein, denn das ist ein höchst unfreundschaftlicher Akt, dann gegenüber anderen Freunden, eventuell sogar noch gemeinsamen Bekannten, über die Borderlinerkrankung und alle damit einhergehenden Schwierigkeiten zu lästern. Und sagen, aha, die ist ja Psycho, aber das ist meine Freundin, die habe ich ganz, ganz gern. Oder, ah, die ist ja wieder total verrückt oder guck mal, wie die sich benimmt oder die ist ja total krank. Aber ich bin ein ganz, ganz guter Freund. Ja, wenn du das tust, dann bist du tatsächlich kein guter Freund. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist verständlich, dass wenn natürlich auch mit der Borderline-Störung deiner Freunde erhebliche Belastungen teilweise einhergehen, das ist auch anstrengend, übrigens nicht nur für dich, sondern auch für die Betroffene selbst. Da kann man schon drüber sprechen, aber man sollte aufpassen, ja nicht ins Lässern zu verfallen. Man sollte da wirklich eine buddhistische Haltung haben. Man sollte da nicht übermäßig wertend, ja klar, man kann auch werten, mal über das Verhalten des anderen, aber nicht in einem negativen Sinne, also nicht in einem böswilligen Sinne. Also, dass man hier auch wirklich die Menschlichkeit bewahrt und sich auch wirklich klar macht, was heißt es überhaupt, ein Freund zu sein? Ist diese Art und Weise, wie ich über meine Freundin in diesem Fall spreche, ist das überhaupt noch freundschaftlich? Oder bin ich hier schon einer von denen Freunden, wo man sagt, naja, wenn ich solche Freunde habe, dann brauche ich keine Feinde mehr? Etwas überspitzt formuliert. Ja, auch in Borderline-Freundschaften ist natürlich das Thema Manipulation etwas, was man erwähnen muss. Ich habe auf diesem Kanal schon ganz, ganz viel zu Manipulationen gesprochen. Ich habe hier auch letztens ein Video veröffentlicht, wo Borderline selber, Borderline-Betroffene ihre Manipulationen und Motive und Gründe offenlegen. Schaut euch das sehr, sehr gerne an. Menschen mit Borderline manipulieren sehr, sehr häufig. Nicht immer bewusst, manchmal aber auch bewusst. Fakt ist, Manipulation ist ein Thema und das auch in Freundschaften. Das kann zum Beispiel aussehen wie folgt. Dass du als der Freund eine WhatsApp-Nachricht bekommst, in der steht, es ist etwas Schlimmes passiert. Und sonst nichts. Also ein absoluter Teaser oder Cliffhanger, wenn ich das mal so sagen darf. Das kann zum Beispiel passieren, wenn der Mensch mit Borderline Aufmerksamkeit möchte, aber aus eigenen inneren Gründen ein Problem damit hat, dich einfach zu fragen. Zu sagen, hey, ich habe dich gern, ich würde gerne mal wieder was mit dir machen oder hey, ich brauche deine Hilfe. Auch das wurde in dem Video zu den Manipulationen übrigens ganz klar gesagt, dass man häufig alles vermeidet oder es vermeidet, offen um Hilfe bitten zu möchten, weil das innere Schwäche bedeutet. Ja, Menschen mit Borderline müssen sehr, sehr viel kämpfen. Und glauben auch häufig sehr viel kämpfen zu müssen und wollen deswegen auf gar keinen Fall Schwäche zeigen. Sei es drum. Es wird ein solcher Cliffhanger produziert, der dich dann eventuell in Alarmbereitschaft versetzt. Und wenn du dann darauf antwortest, dann kommt häufig nur etwas total Banales. Ja, wo du dir denkst, was? Das war's? Das ist das Schlimme? Da machst du hier so einen Teaser. Es ist ja so einem krassen Cliffhanger gar nicht angemessen. Ja, das ist eine mögliche Manipulationstechnik. Eine andere mögliche Manipulation, insbesondere in Freundschaften, kann auch sein, zum Beispiel sich selber etwas kaputtetzen, zu machen, zum Beispiel beim PC irgendetwas zu löschen oder am Auto irgendwas kaputt zu machen und dich dann anzurufen und zu sagen, hey, du, bei mir ist jetzt hier mal was kaputt. Kannst du mal vorbeikommen? Das machen Menschen mit Borderline häufig, wenn sie Kontakt wollen, aber nicht darum fragen wollen, wenn sie Verlustängste haben. Zum Beispiel, weil du sagst, hey, ich habe am Donnerstag keine Zeit und dann kann es passieren, dass der Mensch mit Borderline sich selber was kaputt macht und dich dann anruft und sagt, du, es ist ganz, ganz wichtig, mein Auto ist kaputt, ich brauche das aber morgen früh, kannst du nicht, ich weiß, du hast keine Zeit, aber kannst du nicht bitte vielleicht doch vorbeikommen? Wie man in einer solchen Freundschaft mit diesen Manipulationen, wenn sie den Vorkommen umgeht, ja, das muss jeder selber wissen. Ich persönlich würde auch hier wieder Grenzen setzen, denn diese Manipulationen sind, obwohl sie auch unterhaltsam sein können, da sind wir bei dem früheren Punkt, dass Freunde, Angehörige häufig versuchen, über die Freundschaft zu, ja, über die problematische Freundschaft die eigene innere Leere zu füllen, ist es ja trotzdem auch sehr, sehr anstrengend und es ist auch irgendwie ein Unfair Play, auch das ist natürlich in gewisser Weise, wenn es auch aus Not passiert, bei den Borderline-Betroffenen nicht unbedingt freundschaftlich. Ich würde schon darauf achten, dass diese Manipulationen nicht stattfinden und es ist, da würde ich auch wieder sagen, das ist ein Akt der Freundschaft, den Borderline-Betroffenen, die Borderline-Betroffene, in unserem Fall dieses Videos, darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, das finde ich nicht in Ordnung, das nehme ich als Manipulation wahr. Bitte mach nicht immer diese Cliffhanger, sondern sag gleich, was ist das Problem. Das macht mir Angst, wenn ich sowas lese, ja, da verfalle ich in Panik, das fühlt sich für mich nicht gut an, denn nur so bekommt ja auch die Freundin von dir ein Feedback, ein ehrliches Feedback und kann auch lernen. Ja, wir können es einer Person ja nicht zum Vorwurf machen, dass sie immer wieder das und das tut, wenn sie aber immer und immer wieder damit Erfolg hat und will ja auch niemals sagen, hey, so bitte nicht, das stört mich. Das ist zumindest meine Empfehlung für dieses Thema, dieses Problem mit den eventuellen Manipulationen. Borderliner, das möchte ich auch noch sagen, sind keine Monster. Es gibt auch viele Betroffene, mit welchen eine Freundschaft absolut reibungslos funktioniert. Freundschaften fallen Menschen mit Borderline generell oft leichter als Beziehungen und da tun sie sich nicht viel unterscheiden von allen anderen Leuten in unserer Gesellschaft. Wir wissen alle, Freundschaften, das ist in der Regel kein Problem, jahrelang mit einer Person gut auszukommen. Ja, aber wer kann im Jahr 2022 schon davon reden, dass er eine jahrelange Beziehung hat? Das ist schon um einiges schwieriger. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigt ihre negativsten Auswirkungen, meistens dann, wenn sehr viel Emotionen mit im Spiel sind, wenn eine gewisse Distanz fehlt. Ja, so ist es möglich zum Beispiel für viele von Borderline-Betroffene auf der Arbeit relativ normal oder ganz normal sogar zu funktionieren, aber die größten Probleme zu haben in Freundschaften, in der Familie, in Liebesbeziehungen auch, weil zum Beispiel einfach zum eigenen Chef die emotionale Distanz gewahrt bleibt. Und in diesem Sinne muss ich natürlich auch ganz klar sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass auch deine Borderline-Freundin nicht von sich aus mehr möchte, von dir als nur Freundschaft. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass deine Borderline-Freundin dich natürlich nicht sexuell provoziert. Ja, das ist natürlich angenehm, gerade für Männer natürlich, wenn da eine vielleicht auch sogar attraktive Frau ist, die sehr stark provoziert sexuell. Ich würde aber auch hier darauf drängen, dass das unterlassen bleibt. Denn das ist nicht freundschaftlich. Und wir müssen auch ganz klar sagen, eine Freundschaft plus ist auch in den seltensten Fällen das, was man unter einer klassischen, wahren Freundschaft versteht. Zumindest nicht das, was man unter dem versteht, was wir in diesem Video zum Thema Freundschaft zu einer Borderlinerin verstehen. Das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Ja, denn diese auch sexuellen Anspielungen, das ist natürlich eine Methode, jeden Mann mehr oder weniger effektiv, ich sage es einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes, an den Eiern zu packen. Ja, aber auch das ist, wie gesagt, sehr, sehr anstrengend und ist meiner Meinung nach keine Basis für eine Freundschaft. Ich möchte in diesem Video, das natürlich gar nicht vollständig ist, ja, wie soll das gehen zum Thema Freundschaft, gibt es so vieles zu sagen, möchte ich noch eine Sache ansprechen, nämlich das selbstverletzende Verhalten. Ja, Menschen mit Borderline verletzen sich sehr, sehr häufig selbst, nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Und das muss nicht einmal nur durch das Schneiden geschehen, das kann ja auch durch viele andere selbstschädigende Verhaltensweisen, zum Beispiel durch Konsum passieren. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass die Selbstschädigung, die Selbstverletzung deiner Borderline-Freundin ihre Sache sind. Das ist nicht deine Angelegenheit. Das macht deine Freundin mit Sicherheit schon länger, ja, das hat auch nichts mit dir zu tun. Und selbst wenn sie sich nach einem Streit mit dir selber verletzen sollte, ist das trotzdem ein emotionales Erbe, ist das trotzdem eine Verhaltensweise, welche irgendwann mal in der Vergangenheit, vielleicht schon vor Jahrzehnten anerlernt wurde. Das hat nichts mit dir zu tun. Und es ist sehr wichtig, hier nicht in eine Co-Abhängigkeit hineinzuschlittern. Co-Abhängigkeit, was ist das? Co-Abhängig zu sein heißt, die Süchte und Nöte eines anderen zum eigenen Problem von einem selber zu erklären. Wiederum übrigens, um die eigene existenzielle Lehre auszufüllen. Der Begriff Co-Abhängigkeit kommt eigentlich aus der Selbsthilfebewegung in den USA bezogen auf Alkoholiker, ist allerdings auch im Zusammenhang von Persönlichkeitsstörungen wie Borderline von einer hohen Bedeutung. Denn wir können es uns vorstellen, der eine kann abhängig sein von der Flasche Bier in der Hand und der andere also von seinem Trinkverhalten. Und ein Mensch mit Borderline, deine Borderline-Freunde, ist im gleichen Maße eventuell abhängig von der Klinge in ihrer Hand und ihrem selbstverletzenden Verhalten sehr plakativ dargestellt. Ja, und es ist klar, dass natürlich dann die Co-Abhängigen Persönlichkeitseigenschaften des Angehörigen, in diesem Fall von dir, wie ein Schloss-Less-Schuss-Prinzip zu beidem sehr gut passen. Und deswegen sind auch die Partner von Menschen mit Borderline sehr, sehr häufig auch in Freundschaften Co-Abhängig. Ja, und der Co-Abhängige, ich habe es gerade schon gesagt, neigt dazu, das Problemverhalten eines anderen zu seinem eigenen Problem umzumünzen. Und das ist ganz wichtig, das zu unterlassen. Ich selber habe sehr viel Erfahrung im Umgang mit suchtkranken Menschen und auch im Umgang mit persönlichkeitsgestörten Menschen, insbesondere mit Borderline-gestörten Menschen. Und ja, es ist sehr, sehr wichtig zu begreifen, dass diese Freundschaften wirklich nur dann funktionieren können, wenn man dem anderen seine, ja, sein Verhalten machen lässt. Das heißt nicht, man muss es gut heißen. Aber wir müssen uns das vorstellen, was heißt eine Freundschaft? Deine Freundschaft heißt in diesem Fall ein Verhältnis auf Augenhöhe zwei erwachsener Menschen. Naja, und stell dir einmal vor, du würdest dir einen reinsaufen, ich sage es mal ganz plakativ, dann würdest du auch nicht wollen, dass ständig deine Freundin oder dein bester Kumpel, sage ich mal, ankommt und ja, dir deswegen auf die Nerven geht. Ja, denn dann würdest du dir denken, mein Gott, also diese Freundschaft belastet mich irgendwie, ich kann nicht so sein, wie ich bin. Und es ist doch meine Sache, würdest du von dir aus sagen, hier zu trinken. Wenn du das nicht schaffst, ja, wenn du immer wieder hinterher telefonierst, anfängst, deine angeblich platonische Freundin zu kontrollieren, aufgrund ihres Verhaltens, egal, auf welche Selbstschädigung hier, auf welche Selbstschädigung sich das hier bezieht, dann hast du eventuell ein Problem mit Co-Abhängigkeit. Wenn du Co-Abhängig bist, wenn du sagst, ich finde mich in dem wieder, was du jetzt hier gesagt hast, habe ich hier oben in der Endcard, das ist die obere Endcard, noch ein Video für dich, das du dir von Herzen gerne anschauen kannst. Für dieses Video zum Thema Borderline und Freundschaft soll es das einmal gewesen sein, ich weiß, es ist nicht vollständig, ich hoffe trotzdem, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Abonniert gerne diesen Kanal und wenn ihr mich und dieses ganze Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied, haltet wie immer die Ohren steif und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Abonniert